Herzlich Willkommen bei Wirtschaft TV Lifestyle. Wir sind heute bei Marcel Remus eingeladen und ich befrage heute die Promis, wie sie zu ihrem Erfolg gekommen sind. Anna, sehr schön, dich zu treffen. Du siehst sehr schön. Was ist deine persönliche Definition von Erfolg? Dass du dich glücklich bist, wenn du zu Hause bist, fühlst du dich glücklich mit dir. Du hast seit acht Jahren modelliert. Was ist dein wichtiges Erlebnis in dieser Industrie? Es ist wichtig, dass du dich nicht sehr ernst hast. Und dass du dich glücklich bist und dass du dich glücklich bist. Und dass du dich glücklich bist und dass du dich glücklich bist. Und dass du dich glücklich bist in deinem Körper und deinem Körper fühlst. Danke sehr. Danke sehr. Have a nice evening. Danke. Bye.